da bist du gleich der wald kommen was noch schnell weil es haltung kann koordinaten schatz 151 ach du bist da lang gerannt jo danke an neuen lp werde ich mir merken er sagte man kann bürgen auch anders reparieren indem du zweihalb kaputt hast du kannst du dann zusammen dingens machen ohne anboss gut zu wissen so irgendwo hier müsstest du sein schatz was machen wir jetzt hier oben gucken uns die landschaft an ja unten ist ein bisschen gefährlicher ja hier oben ist ein bisschen wahrscheinlich willst du mit mir den sonnenaufgang genießen wir töten hey verräter du hast nen pfeil im kopf und nur einen fuß nicht ja was mit dir chillen irgendwo keine fackel was hätte ich jetzt hier freiheitstatue gemacht nein nein oder so hey gib mir die fackel ja warte ich schmeiß den doch oder egal oder so hey ich hab 38 raw beef schatz wollen wir zu einer anderen moment aber wie machen wir das ich mach schon mal den ofen an wir sind oder weh alles klar baby hundi creeper weg ja ich kann grad nicht rennen wieso hast du nichts zu essen da wieso hast du nichts zu essen da der ofen ist an und bleibt hier ich hab mal so einen turm gemacht mit einer fackel oben drauf dass sie uns besser sieht ok ok warum reicht das nicht ach nur los und das aus allen richtungen geht vielleicht das sehen kann also ok ja ja ich hab dir da was hin geschnitten und der foto und so ja hast du schon eingesammelt wo bist du wo bist du ich bin immer noch hier aus dem Baum bist du aus dem Baum bist du da bist du wo sollst du auf deine Suppe aufwärtsen na nicht haut doch mir das Teil vom Kopf ey ja komm wir vertragen uns JT du hast direkt am linken Fuß bist du ein Pfeil guck mal wie das aussieht ja scheiße rechts ja deswegen genau ich kann nicht rennen was bist du ja was meinst du denn da Blumen ich bin tot ja ich das Wappy wurde von Zombie erschlagen ja ich kling selbst in den Baum oh ja ey der Baum brennt dahin Gott JT wir sind hier oben nicht mehr sicher ja guck dir das mal an das Feuerballer sieht sicher aus ja wer wird von oben siehst du das nicht ach bis es hier hinkommt lass doch hier hinkommen warte wie schnell so ein Wald was passiert ist warte warte ich muss hier grad das Feuer bekämpfen Leute hab ich um zu safen brauchen wir dann auch ein Bit oder wie äh äh ich will doch nicht jedes mal irgendwo spawnen oder ne man brauchte glaub ich gar kein bed dafür man musste einfach nur äh set home machen ich versuche jetzt erstmal schnell zu euch zu kommen schatz 90% von deinem Kram konnte ich einsammeln aber nicht alles da gab es das fredd da hinten richtig brutal ich weiß nicht ich glaub mich hier gab es Skilett also wenn du hier den Waldbrand siehst dann ist halt bei uns in der Nähe Gott die Flammen kommen hier rüber nein ja das Fleisch hab ich glaube ich da hab ich so einiges jetzt hörte ich hab dir gesagt guck mal jetzt kommen die Flammen schon hier rüber hat er mir hilft wirst du eigentlich ja das brennt ja alles ja das brennt ja alles lass doch der Wald brennt oh man wir kokeln dann auch ab ist dir bewusst lass denn von dir aus kriege ich ne schöne Perspektive wie der Waldschuh schon brennt dabei nein ey lass das Greenpeace nicht hören ja ohne Witz aber wirds hier immer heller ich hab das Gefühl irgendwo brennts hier ja ich versuch grad hier schon die Flammen zu äh löschen aber ich hab nur ein anderes Problem ich hab keinen Peil wo ihr seid ich hab ein Creeper, ein Skelett und keine Ahnung was am Arsch ich kann nicht rennen ich bin gleich tot ja wir sind da wo wir vorhin standen halt ah da hinten sind die denkst ich seh's oh Gott nein Jokti du musst mir helfen da ist die Spinne ne ich komm was kann ich jetzt machen so ich hab Feuer bekämpft was ist dein das ist ein das ist ein oder ist das HW was HW das bin ich hier ah ok ja und ich hab hier Creeper und keine Ahnung was alles am Arsch ja warte ich hab nichts mehr zu essen ist das größte ist da auch ein ja wir haben ihn noch äh ich glaub ja ich glaub er ist auch ein Dings bei wenn ich mich nicht täusche war es jetzt in der Richtung ich weiß es nicht mehr genau Schatzi wie ach man ach man ja du läufst richtig ja ja ich kann erstmal was essen ich mach grad erstmal ein bisschen was zu essen fertig da ist ein Schwein da ist ein Schwein ah ja da ist auch ein Bogenschützer das ist allmöglicher Scheiß schatzi Hol Sprech mir den Baum hier nicht in die Luft? Danke ich bin ja noch hier oben aber da kommt grad n Zombie wie ist der hier hochgekommen? kein Pai JT gib zu du hast den hier hingeschickt der klettert hier auf die Bäume rum Wie kommen wir jetzt in den letzten Dritten? Keine Ahnung Und dann klappt es der Tome dann? Ja, wenn die jetzt der Tome macht, ne, dann setzt die Erde Wie, dann kommen wir dann direkt dahin zu ihr Ja, wenn du Slash-Home machst, dann bist du sowieso dahinten oder Slash-Spawn Ja, ich weiß nicht, ob das hier überhaupt funktioniert Wo muss ich denn überhaupt hin? Ähm, wie sind deine Koordinaten? X minus 280 und Z minus 133 Also soweit ist es eigentlich nicht Moment, aber ich laufe gerade in die verkehrte Richtung Deswegen, ich will nur hier die Sachen fertig machen, dann wartet ihr hier und dann gehe ich sie abholen Ja, dann gehen wir da zusammen Nee, nachher finden wir den Ort hier nicht wieder Darum geht's Ich glaube, ich bin der einzige, der sich mit den Koordinatensystemen hier auskennt Ich hab das Teil nie benutzt Ich hab das Teil nie benutzt Ey, Spinne, das war so nicht abgesch... Ne! Alter, wenn ich jetzt gestorben wäre, ne, dann... Ey, ja, aber was los, zeig ich dir Dann wärst du mit mir zurückgelaufen Ich hab alles bei mir, dann kann ich mal gucken, oder? Ist hier noch ein Creeper bei mir? Add home Also spawnen Du musst slash spawnen einfach machen Okay Wenn das nicht geht, slash home So Eins von beiden Muskeln Ein bekannter Befehl Wo habt ihr in die Kiste jetzt hingepackt und alles? Ja, ich trage Kiste bei mir, zwei Stück Achso Was hast du denn da? Nicht runterfallen? Ja, ich wollte die Sache nur hier ein bisschen in Sicherheit packen Ja, dann kann ich die zur Not noch hier aufstellen, die Kiste Boah, ich hab ne andere Idee Warte mal Ja, geht durch nicht Hm So, sicher ist sicher So So Ähm Schatz, wie waren deine Koordinaten? Äh, 499 Und äh, Z Moment 290 290 Dann offen will ich zu euch Okay Dann warte ich einfach hier, oder wie? Okay, musst du kurz was essen? Du willst mir was andrehen? Ja, dann gebe ich dir deinen Apfel Haha, gib her Dann habe ich da ein bisschen mehr Platz Deswegen ging's mir eigentlich nur darum Danke Ups Und wie war das? Jetzt war der Apfel vergiftet? Nein, Spaß Also ihr kommt hier hin, Havi, oder wie jetzt? Also ich bin da Hast du denn Wampi mitgekommen? Und? Ich bin aufm Weg Okay Okay Ich hab mir nur gerade erst mal ein neues Steinschwert gemacht Na warte mal, wenn du aufm Weg bist, dann äh, brate ich in der Zwischenzeit einfach schon mal das Fleisch, ne? Hallo Hallo Ja, haben wir jetzt echt schon halb sieben. Nein. Nein. Wieso? Ja. Wieso? Wie kommst du darauf? Ja, ich habe gerade nur so im Augenwinkel die Uhrzeit gesehen. Ja, das ist deine Uhr neustellen, die geht falsch. Da! Ja, dann! Rechts von dir! Hinter dir! Wo ist rechts? Da hinten! Hey! Ich kriege gerade voll auf die Fresse. Da ist doch nichts. Hä? Was schlägt dich da? Hunger. Hunger? Ja. SOS. Schnell. Ich komme. Oh Gott, da kommen Hunde. Nein. Ich habe nichts getan. Dankeschön. Dankeschön. War ja doch nicht so weit weg, der Spawn von hier. Äh. Ja, und wie gesagt, es ist jetzt noch ein Fail. Wir dürfen jetzt nicht sterben, ne? Äh, Set-Home-Befehl funktioniert nicht. Wo? Machen meine Hunde schon. Alter, Creeper! Äh, Bubblehead! Wie süß! Ja, Leute, wie gesagt... Der kleine Hund ist Bubblehead. Oh, Schatz, ich kann dir wieder Gier geben. Das war, glaube ich, deine... Ähm, ähm, ähm... Äh, komm, jetzt müssen wir weiter nach da. Weiter nach... Also das Einzige, was ich zurückhaben möchte, ist ganz gerne mein ganzes Fleisch. Äh, das wird hier gerade gebraten. Ne, ich habe es gerade selber geholt. Aber, hey, euers könnte das auch gebraten. Fünf Stück, was ist das? Dann lass ich jetzt die Schäne, könnt ihr euers auch braten. Das muss ja rausnehmen. Da hat der da... Wird gerade gebraten und so. Habt ihr da unten auch nen Ofen, oder was ist das jetzt? Abi? Hä? Habt ihr auch schon gebraten da unten, oder was? Ja. Oder was? Ist das alles mein Fleisch? Ja. Sollte jedenfalls. Notfalls hast du ein bisschen was von mir, ist ja auch egal. Ja. Der kann, brauchst du Fleisch? Äh... Ich hab noch eine Suppe. Ich hab noch eine Suppe. Ich hab noch eine Suppe. Ja, zur Not hab ich noch hier 31... 31 Schleimball und so. Also, die kann ich ja auch alle essen. Spinnenauge hab ich ja auch schon verdrückt. Ah, davon hab ich sogar noch eins. Ich hab nur 21 Schleimbälle. Ne, ne, dann hast du noch Platz angeblich. Ne, ich hab hier noch Zuckerrohr und so auch noch. Das kann ich ja alles essen. Ne, ne, ich geb's hier. Da ist fünf Fleisch hier. Ich hab ja selber genau. Lass mir Ruhe. Überhaupt denn nicht. Lass guck mal, da ist Bubblehead. Ah genau, warte, das ist auch noch deins. Oh, danke. Und da Bubblehead. Pschuuu. Guck mal. Ich hab was tolles. Ah, hey, du Schleim. Hi. Hey, du Schleim. Da kam ein Gram geflogen. Ja. Na, wollen die Hunde Süppchen? Nein, keine Süppchen. Nicht, dass du den jetzt aus Versehen schlägst oder so, ne? Dann fragst du dich. Dann fragst du dich. Bambi, wolltest du ne Suppe? Bambi, schläge ich jetzt nicht. Hm, glaub ich immer auch. Ich hab mal gemacht, dass es ein bisschen schneller geht. Wie sagt, einer von den Öfen ist meiner, das andere, das ist deins. Oh. Was nun? Nun wird es wieder dunkel. Ja, deswegen. Wer guckt mich da gerade so verzweifelt an? Warte mal, Jotti ist da, dann ist er Sabi. Nein! 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 Verräter. Warte, wir machen es ganz einfach. Jotti, wo bist du? Der ist da unten neben Wampi. Ah! Dafür bin ich das. Nein! Ich bin das! Ich bin das. Ja! Verräter! Und jetzt da weiß ich es. Das geht um das zu verlaufen. Was? Der ist ja auch dern entfernt? Wir müssen noch kurz warten, bis das Fleisch fertig gebraten ist. Verschwend nicht deine Pfeile. Warum denkst du dich, ich treffe dich nicht? Das ist eben der Pfeil gegen daneben. Entschuldige da unten, Sempi, dieses Holz ab. Daraus kannst du erst was zum Brennen nehmen. Da war linkt, leckt. Nö. Doch, bei mir schon.